Ich begrüße Gaby Zimmer, die Spitzenkandidatin der Linken für das Europaparlament. Guten Morgen. Guten Morgen. Seit zehn Jahren sind Sie schon Mitglied des Europaparlaments, seit 2012 auch Vorsitzende der Fraktion der Vereinten Europäischen Linken, Nordische Grüne Linke. Wie würden Sie sagen, haben diese letzten zehn Jahre Sie als Politikerin verändert? Ja, zum einen glaube ich, habe ich schon verstanden, dass die Europäische Union nur eine Zukunft hat, wenn tatsächlich die Interessen der Menschen stärker in den Mittelpunkt gestellt werden. Die Union ist ja sehr differenziert und wenn es uns nicht gelingt, beispielsweise auch gerade Themen wie Jugendarbeitslosigkeit, den Kampf gegen Armut massiv zu führen und das gemeinsam zu tun, dann verliert die Union an Glaubwürdigkeit. Also das hat mich schon geprägt, da ich gerade auch für diese Themen in den letzten zehn Jahren sehr aktiv gewesen bin. Und genau darüber werden wir jetzt auch sprechen, über die Themen, die jetzt die Europawahl oder den Wahlkampf auch prägen. Bei der Bundestagswahl, da konnten Sie die Wähler, die Linke konnte die Themen nicht so platzieren, dass ja auch die entsprechenden Prozentpunkte erreicht wurden. Was ist für Sie das wichtigste Europathema, mit dem es dann am 25. Mal besser laufen soll? Also ich würde gar nicht sagen, dass bei den Themen, die wir setzen, dass da ein Thema wichtiger ist als das andere. Zumindest halte ich es für wichtig, dass wir uns klar für ein soziales Europa, eine sozial gestrickte Europäische Union aussprechen. Das fehlt ja jetzt völlig, sowohl in der Eurozone als auch in der Europäischen Union. Aber dass wir auch klar sagen, wir wollen eine Europäische Union haben, die friedenspolitisch deutlich andere Akzente setzt als bisher. Und natürlich spielt für uns eine große Frage, wie gelingt es, dass die Bürgerinnen und Bürger in der Europäischen Union wirklich beteiligt werden an den Entscheidungen, die getroffen werden. Da ja das, was wir in Brüssel oder Straßburg beschließen, ja Auswirkungen für den Alltag der Menschen in allen Mitgliedsländern hat. Sie sprechen die Friedenspolitik an oder überhaupt die Außenpolitik. Im Moment geht es ja vor allen Dingen auf europäischer Ebene politisch betrachtet, außenpolitisch betrachtet um den Ukraine-Konflikt. Und da wird die Linke ja als Putin-Versteher bezeichnet. Ärgert Sie das oder ist das eher ein Kompliment für Sie? Ach na ja, wissen Sie, um Putin geht es mir eigentlich überhaupt nicht. Mir geht es um die Frage, können wir etwas dazu beitragen, dass der Konflikt deeskaliert, sowohl mit Blick auf die Ukraine, aber eben auch mit Blick auf die Beziehungen zwischen der EU und Russland. Insofern habe ich kein Problem damit, wenn mich Menschen als Russland-Versteher bezeichnen. Warum nicht? Natürlich haben wir eine besondere Beziehung auch noch zur Kultur. Ich glaube schon, dass wir dazu beitragen können und dass es wichtig ist, dass endlich die osteuropäische und auch die westeuropäische Kultur verstanden werden. Und es ist Zeit, mit alten Feindbildern aufzuräumen und zu sagen, wir brauchen in der Europäischen Union eine Nachbarschaftspolitik, die sowohl auf die Ukraine, auf Belarusland, Moldawien ausgerichtet ist, die sich aber nicht gleichzeitig gegen Russland richtet. Ich verstehe überhaupt nicht, warum das sein muss. Und ich denke, da gibt es einiges zu bearbeiten, auch in der Europäischen Union, an der gesamten Strategie. Und ich glaube eher, dass die Vorteile in einer gemeinsamen Kooperation, sowohl ökonomisch, sozial, aber eben auch beispielsweise für das gegenseitige Verstehen, auf beiden Seiten liegen könnten. Sie sagen, mit alten Feindbildern müsste aufgeräumt werden, sagen aber auch gleichzeitig, die EU ist getrieben durch die USA. Ist das nicht auch eine Art altes Feindbild in dem Sinne? Nein, wir erleben es ja tagtäglich. Schauen Sie, Frau Merkel fährt in die USA und was sie macht und was sie von dort mitbringt, ist der Auftrag, dass Deutschland und dass die Europäische Union doch nun mal härter durchgreifen sollen, dass sie sich stärker beteiligen sollen, dass die Sanktionen endlich durchgesetzt werden. Und ich denke, es wäre an der Zeit, dass sowohl die Europäische Union als auch die Bundesregierung für sich selbstbewusst sagen, wir haben eigene Erfahrungen, wir wissen besser als beispielsweise von Washington aus, was eigentlich notwendig ist, um Beziehungen zu entwickeln, Beziehungen zu stabilisieren. Also ich würde mir das mehr Selbstbewusstsein wünschen und weniger Unterwürfigkeit auch gegenüber den USA. Sie sitzen in Europa, im Europaparlament, neben einer Fraktion erstarkender Rechtspopulisten. Wie erklären Sie sich diese Tendenz? Also um es mal deutlich zu sagen, wir sitzen nicht mal optisch neben Ihnen, sondern da ist ein großer Gang zwischen uns, praktisch fast die gesamte Saalhälfte. Und da bin ich eigentlich auch ganz froh drüber, weil wir uns doch sehr unterscheiden. Wir sagen, wir wollen ein soziales Europa, eine soziale Europäische Union. Und schauen Sie sich die Plakate an, die hier in Deutschland geklebt werden von der NPD, aber eben auch mit Tendenzen zur AfD. Schauen Sie, was in Frankreich plakatiert wird. Da geht es darum, dass beispielsweise gesagt wird, Deutschland soll nicht die Sozialkasse für die ganze Welt sein. Was ist denn das für ein Quatsch? Wir wollen ein soziales und ein solidarisches Europa. Wir wissen ganz genau, dass von den ungefähr 504 Millionen Einwohnern in der Europäischen Union mindestens ein Viertel in Armut lebt. Und das ist keine Option für eine Zukunft, für ein gemeinsames Europa und auch nicht für eine gemeinsame EU. Also müssen wir doch unsere Ressourcen zusammenpacken, eine gemeinsame Strategie entwickeln, gemeinsame Zielstellung entwickeln, um strukturell den Kampf gegen die Armut wirklich zu führen und diese auszumerzen oder das Thema der Jugendarbeitslosigkeit anzunehmen. Zu glauben, man könnte für die Menschen im eigenen Land letztendlich die Sozialsysteme sichern, wenn wir das nicht gleichzeitig auch europäisch tun, ist dann ein Irrglaube. Und das ist eine Irrleitung auch für die Menschen, die die Hoffnung haben, dass sich tatsächlich an ihrer Situation etwas verbessert. Vielen Dank, Gaby Zimmer, Spitzenkandidatin der Linken bei der Wahl zum Europaparlament. Ich bedanke mich auch.